Ich bin bereit! Im Deckel! Wie kann man so leben? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Hey, da ist ein Stern auf der Tür! Das muss das Büro des Sheriffs sein! Thomas, ladies! Thomas! Heute sind wir frech! Oh! Heute sind wir frei! Oh! Heute sind wir freilich! Heute sind wir freilich! Heute sind wir freilich! Ah! 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 Wo? Was machen diese Rennviecher auf meiner Bühne? Hätten wir einen Termin gebraucht? Anwarte! Na warte! Oh! 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 Ha! Oh! 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 die wir je gesehen haben. Du warst nur zu lange in der Ferie, du alter Knacker. Hä? Was war das denn für ein Sheriff's Büro? Handzünde Mädchen, Glücksspiele. Wie kommt der da jemals zum Arbeiten? Wenn das das Büro der Sheriff's war, dann ist die Stadt der Hit. Tja, wenn das nicht unsere drei Milchschnitten sind. Ihr seid aber ein bisschen weit von zu Hause weg, oder? Na, wenn das nicht unser Bravo-Starschnitt ist. Wir wollen uns mit dir unterhalten. Und zwar darüber.